Der Start in München. Und gleich geht's los. Vorhin wird der Flughafen gezeigt in Lufthansa Airbus A321. So sieht der Flugzeug aus. Ganz episch. Weil die wurden auf der Pushback Traction Decke geschoben worden. Und die fahren jetzt zur Dandelbahn. Bleibt euch das Video wenn es gefallen und abonniert den Kanal. Flug nach Home dauert so etwa eineinhalb Stunden. Oder eine Stunde. Und wir sind gespannt auf den Start. Die Turbinen beschleunigen auch hier das. Und da ist es noch viel lauter. Das werden wir gleich sehen. Ah, wir können hier oben. Noch nach rechts abbiegen. Dann geht's los. Hier landet ein Flugzeug. Rechts abbiegen und dann siehst du ja schon die Landewahn. Oder? Ja, ich glaube hier ist die Lelandbahn. Ne, ich meine die Startbahn. Hier da. Diese Straße da. Das kann sein, dass die Bahn. Wo die gestreift sind. Die gestreift ist jetzt die Bahn. Denk ich mal. Ja, ich glaube das ist die Bahn. Wir starten schon. Let's go. Viel Spaß. Verlust Ja, ich glaube das ist, was ich jetzt nicht. Was, das ist, das ist, das ist es ein bisschen. Ich gucke mich. Was geht's für mich. Ich gucke mich nicht. Es geht mal mit. Ich gucke mich. Ich gucke mich. Ich gucke mich. Ich gucke mich Pferd. Ich gucke mich, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020